Freunde, ich habe es wieder gemacht, Stakeit. Und gerade mit dem Herrn Kautzen, dem CEO von Stakeit, ein Video abgedreht, welches 17.45 Uhr am Samstag online geht. Solltest du unbedingt reinschalten, kannst mich auch gerne jetzt schon kontaktieren, wenn du in der Pre-Pre-Launch-Phase dich registrieren magst, um bei einer Geschichte dabei zu sein, die möglicherweise dein Leben komplett verändert. Weißt du, oft ist es nur eine Entscheidung, oft ist es nur eine Entscheidung, die im Leben alles verändert. Und manchmal musst du einfach nach vorne schauen, aufstehen, weitermachen, um dein Geld seriös online zu vermehren. Und vielleicht ist es schon aufgefallen, dass es mir eine Herzensangelegenheit ist, auf meinem YouTube-Kanal Mindset-Themen zu behandeln und dir Wege und Möglichkeiten zu zeigen, wie du seriös online Geld verdienst. Ganz gleich, ob du Vertrieb oder Vertrieb machst, trifft diese eine Entscheidung. Abonniere jetzt meinen Kanal, schreibe mir oder schicke dir schon vorab Informationen dazu. Ansonsten 17.45 Uhr am Samstag online. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns online. Und wirklich, wirklich geil. Happy, Happy New Year 2023. Rock, guys. Bis bald. Dein Werner Schmid.